Kapitel 3.8 Verschachtelte Funktion In der Tabelle Runden Mittelwert sollen zwei Funktionen angewandt werden. Wir machen zuerst den Mittelwert gleich Mittelwert und wählen hier die Liste der Gehälter aus, um folgenden Betrag zu bekommen. Diesen möchten wir auf zwei Stellen vor das Komma runden. Wir geben es gleich Runden ein, wählen die Zahl, sagen minus 2 für die Stellen vor das Komma und erhalten die 1400. Wir können diese Rundenfunktion aber auch direkt auf diese Funktion anwenden, indem wir nach dem System ist gleich Runden und die Klammern drüber setzen als Sprichpunkt des Min of 2 und wir haben zwei Funktionen in einer Zeile angewandelt. In der Tabelle Wenn wird mit Bedingungen gearbeitet, haben wir eine Verkaufsstatistik und der Wert ist geplant. Der zweite Wert ist erreicht. Wir wollen prüfen, ob dieser Wert höher als der geplante Wert ist. Dazu geben wir die Funktion ist gleich Wenn ein. Zuerst wird die Bedingung gefragt. Die lautet, dass der Ist-Wert größer oder gleich der geplante Wert ist. Dann kommt der Wert, falls dies wahr sein sollte. Das heißt unter Hochzeichnungen bleibe ich wahr. Dann Strichpunkt, jetzt kommt der Weg, falls das nicht erreicht wurde. Hier soll falsch geschrieben werden. Wir sehen in der ersten Zeile laut Planung der Betrag höher. Auch in der zweiten. Auch in der zweiten passt es noch. Und in der dritten Zeile ist der Betrag darunter. Das heißt es wird der andere Pfad eingestellt. Das steht falsch. In der Tabelle Wenn und oder wird das ganze noch mit und und oder Operatoren verknüpft. Wir beginnen einfach indem wir fragen, ob ein Mitarbeiter in der Abteilung Einkauf ist. Das heißt es ist gleich Wenn. Danach kommt der Wahrheitstest. Das heißt die Stelle D4 gleich E-K für Einkauf ist. Unter Hochzeichen. Dann soll unter Hochzeichen Ja. Und falls das nicht der Fall ist, soll unter Hochzeichen Nein erscheinen. Und wir sehen, der erste Mitarbeiter ist nicht in der Abteilung Einkauf. Sehen wir das ganze nach unten. Sehen wir bei diesen zwei Personen kommt Ja heraus. In der Spalte H soll weiteres überprüft werden, ob der Mitarbeiter vom Einkauf kommt und einen Gehalt von über 2000 hat. Das heißt wir setzen die einfache Abfrage nach E-K noch zusätzlich mit einer Gehaltsabfrage und fügen eine und Funktion ein. Das heißt eben nicht gleich Wenn. Nun kommt der Wahrheitstest. Wir sagen und. Klammer. Den ersten Wahrheitswert, der ist Ob D4 gleich Buchzeichen E-K ist. Strichpunkt. Jetzt wird der zweite Wahrheitswert gefragt. Danach fragen wir ob D4, also der Gehalt, größer als 2000 ist. Die ist unter uns. Dadurch ist der Wahrheitstest abgeschlossen. Und jetzt geht es an den Wahrheitswert. Das heißt im ersten Fall Hochzeichen Ja. und im zweiten Teil Zeichen Nein. Wir sehen, hier trifft es nicht zu, weil die Abteilung nicht E-K ist. Wir ziehen das Ganze herunter. Wir können hier sehen, hier ist E-K, E-K und der Lohn über den Wert. Und hier unten haben wir zwar E-K erfüllt, aber der Wert ist unter 2000. In der nächsten Spalte soll geprüft werden, ob der Mitarbeiter im Einkauf oder im Verkauf ist. Das heißt unsere Wenn-Abfrage gilt wahr, wenn einer der Werte wahr ist. Dazu schreiben wir es gleich Wenn. Jetzt kommt der Wahrheitstest. Dieser soll oder verknüpft sein. Das heißt wir machen oder, Klammer auf. Und der erste Wahrheitswert ist, dass D4, also die Abteilung, gleich Einkauf ist. Hochzeichen. Der zweite Wahrheitswert ist, ob D4 ist gleich Hochzeiten Bergauf. Nun schließen wir unsere Oder-Bedingung. Und können weiter mit unserer Endbedingung machen. Das heißt Strichpunkt, wenn der Wert wahr ist, soll ja dastehen. Und im anderen Fall nein. Und wir sehen, der erste Mitarbeiter ist weder im VK noch in EK. Wir ziehen das Ganze nach unten. Und wir sehen, hier sind zwei mit VK. Hier zwei mit EK. Im letzten Teil der Aufgabe wird noch und und oder verknüpft. Dabei sollen alle Mitarbeiter vom Einkauf mit einem Gehalt über 2000 oder alle Mitarbeiter vom Verkauf mit einem Gehalt von über 2000 herausgefiltert werden. Wir beginnen das Ganze wieder mit einer Wenn-Funktion. Und nun kommt der ganze Wahrheitstest. Das heißt, wir haben zuerst ein Oder. Entweder die einen vom Einkauf oder die vom Verkauf. Das heißt, ich sage oder. Und jetzt möchte ich Mitarbeiter Einkauf und Gehalt miteinander verknüpfen. Das heißt, es muss beides wahr sein. Ich gebe ein und ein. Und jetzt wird der erste Wahrheitsgehalt gefragt. Das ist E4 für die Abteilung. Die ist gleich EK für Einkauf. Der zweite Wahrheitswert ist E4 für den Gehalt. Und der soll größer als 2000 sein. Bis mit einer Klammer. Jetzt habe ich die erste und beendet. Mit einem Strichpunkt komme ich zum zweiten Wahrheitswert. Und der bezieht sich jetzt auf den Verkauf. Auch hier soll Verkauf und Gehalt drüber sein. Das heißt, ich mache eine Unverknüpfung. Und sage wieder D4 gleich diesmal aber VK für Verkauf. Und der zweite Wert ist wieder E4 für den Gehalt. Und der soll größer als 2000 sein. Ich schließe die zweite Umbedingung. Jetzt habe ich auch den zweiten Wahrheitswert von oder abgeschlossen. Das heißt, ich kann die oder mit einer Klammer schließen. Und jetzt mit Strichpunkt brauche ich nur noch die Wahrheitswerte. Das heißt, im ersten Fall Ja. Und im zweiten Fall Nein ergeben. Und erhalte ein Nein. Wenn ich mir das Ganze ansehe, dann bekomme ich hier ein Ja. Werkauf über 2000. Auch hier Einkauf erfüllt und über 2000. Und hier unten Werkauf über 2000. Wenn ich mir das Ganze ansehe, dann kann ich die über 2000. Und dann kommt die Klammer zu sehen. Und dann geht es weiter. Das heißt, ich habe das ganze Jahr in der Klammer zu lassen. Und dann kommt die Klammer zu lassen. Vielen Dank.